Vom 31. Januar bis zum 13. Februar 2019 haben Sie die Chance, sich für ein neues Naturschutzgesetz in Bayern einzutragen. Um was es darin geht, das erkläre ich hier im Video. Die grundlegendsten Forderungen des Gesetzesentwurfs sind eine bayernweite Vernetzung von Lebensräumen für Tiere zu schaffen, Hecken, Bäume, kleine Gewässer in der Landwirtschaft zu erhalten, Blühende Randstreifen an allen Bächen und Gräben, die ökologische Landwirtschaft massiv ausbauen, 10% aller Wiesen in Blühwiesen umwandeln, alle staatlichen Flächen pestizidfrei bewirtschaften und Naturschutz als Teil der Ausbildung von Land- und Forstwirten. Mit diesem Gesetz soll die Artenvielfalt in Bayern gesichert werden. Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit und unterschreiben Sie für das Volksbegehren Artenvielfalt. Der gesamte Gesetzesentwurf sowie weitere Informationen unter www.erfolgsbegehren-artenvielfalt.de Wollt ihr, dass die Arten sterben? Na, das wollen wir nicht. Jetzt ist unsere Riesenschance. Kommt zum Torzeichen. Für die, für mich, das Welt.